Willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du hier bist. Heute geht es um ein Frag-Markus-Video. Das heißt, du lernst in einem Video Markus nun mal als Person näher kennen. Und die Fragesteller heute sind Beatrice Fischer und Maximilian Vohlen mit ihren Empfehlungen. Jetzt kommt die Auflösung. Ich bin die mit dem Hut. Mein Name ist Beatrice Fischer und ich bin Personalexpertin für Unternehmer. Und mein Name ist Maximilian Vohlen und ich bin der von der mit dem Hut. Mein Name ist Melanie Breit. Mein Name ist Anatoli Breit von Breit Media. Und wir haben eine Agentur für Neukundengewinnung für IT-Unternehmen. Hey, mein Name ist Marius. Ich bin Profimusiker, DJ und Agenturinhaber und helfe Musiker dabei, langfristig und erfolgreich von der Musik zu leben. So, jetzt macht ihr mit uns zusammen erstmal eine Office-Tour. Wir zeigen euch einen Blick hinter den Kulissen, wie es im Office aussieht und anschließend dann das Highlight und zwar das Video mit Markus zusammen. Vielleicht noch mal kurz von uns, Beatrice, Maximilian. Wir bauen Unternehmen einfach einen geilen Personalbereich auf und deswegen würde ich jetzt gerne auch an dich dazu ein paar Fragen stellen. Was hat denn euer Personaler für eine Rolle in der Firma? Ja, eine sehr, sehr wichtige. Also wenn ihr ein Unternehmen aufbaut, dann wollt ihr natürlich einen super Mitarbeiter haben. Ja, man sagt ja immer A-Mitarbeiter. Und da braucht man natürlich auch jemanden, der A-Mitarbeiter erkennen kann. Also das ist ganz entscheidend, weil der Personaler ist halt im Endeffekt derjenige, der mit allen Bewerbern irgendwie im Kontakt ist, sich jede Bewerbung sichtet. Der muss dann erkennen können, okay, an der Bewerbung ist das jemand, der schon mal passen könnte oder sehe ich schon in der Bewerbung irgendwo passt es nicht. Aber ist vielleicht die Bewerbung selbst schon so voller Fehler, dass man sagen kann, hey, möchte ich überhaupt jemanden haben, der nicht mal bei einer Bewerbung in der Lage ist, die korrekt abzugeben? Also da gibt es ganz viele Sachen, die im Bewerbungsprozess halt mit reinfließen. Und natürlich vor allem dann in den Vorstellungsgesprächen geht es halt darum herauszukriegen, passt die Person zum Unternehmen. Und bei uns ist es so, dass unser Personaler, der extrem darauf geschult ist, zu erkennen, wer diesen Vibe hat, der hier zu unserem Unternehmen eben passt. Und wer natürlich dann auch identifizieren kann, ob er dann fachlich eben passt. Ja, das heißt, er ist sozusagen eine der wichtigsten Stellen im Unternehmen, wenn es jetzt ums Wachstum an sich geht. Weil wir haben auch ganz oft schon gesehen, wo Unternehmen quasi Personaler einfach eingestellt, also wo ein Personaler praktisch jeden irgendwie eingestellt hat. Also man kann ja über HR-Funnels auch sehr, sehr viele Bewerbungen bekommen. Und wenn man dann halt sehr schlecht da drin ist, so Menschen auch zu verstehen und zu erkennen, wie die so ticken, kann man sich natürlich auch sehr, sehr viele so B- oder C-Mitarbeiter reinholen, die vielleicht auf dem Papier geile Noten haben und auch perfekt passen. Aber wenn die dann anfangen, irgendwie so Intrigen zu spinnen und aus eurem Business so eine Daily Soap quasi zu machen, dann habt ihr als Unternehmer selbst, als Inhaber auch nicht mehr so viel Spaß daran. Und deswegen ist der Personaler so mit einer der wichtigsten Rollen, wenn es ums spätere Wachstum geht. Nicht jetzt um die Anfänge, aber wenn man halt schon ein Unternehmen hat, was konstant Umsätze macht, wenn man schon Mitarbeiter hat und wachsen will, dann braucht man halt einen super Personaler, der das halt sehen kann und erkennen kann. Wir führten bei euch jetzt in den Bewerbungsgesprächen zum Beispiel, wenn jetzt jemand im Marketingteam oder so gesucht wird, wer entscheidet am Ende, dass die Person genommen wird, das Team aufgenommen wird? Macht das dann der Teamleiter im Marketing zum Beispiel? Das ist eine Entscheidung von mehreren Personen, vom Personaler, von dem Teamleiter selbst und natürlich von der Geschäftsführung auch. Also ich schaue da mit drüber oder der Dennis, der hier so ein bisschen die rechte Hand von Andreas von mir ist, schaut mit drüber. Ja. Das heißt, das sei mehr so eine Gruppenentscheidung dann letztlich. Aber der Personaler ist quasi der, der dann am meisten Zeit involviert und natürlich die Gespräche dann in unserem Sinne dann führt und schon Vorentscheidungen trifft, genau. Wie oft musst du denn private Sachen hinters Business stellen, so in deinem Alltag? Ich privat? Also was sind für private Sachen zum Beispiel? Ja, weiß ich nicht. Du merkst einfach, hey, ich hatte heute eigentlich einen privaten Termin. Was sind denn private Sachen? Ich weiß es nicht, Marco, sag du es mir. Also es gibt nur Baulig Consulting. Nee, ich habe keinerlei Einschränkungen. Also ich empfinde es nicht so. Also wenn ich jetzt einen Termin hätte, der mir wichtig ist privat, würde ich den einfach machen. Dann würde ich halt die Business-Termine verschieben lassen. Aber war das schon immer so? Oder würdest du sagen, hat sich das erst jetzt in den letzten Jahren so entwickelt, wo ihr so riesig geworden seid? Nee, das hat sich jetzt so natürlich entwickelt. Also man ist ja, wenn du einzelner Selbstständiger bist, bist du ja mehr abhängig von deinem Business-Termin versus wenn du Millionen auf dem Konto hast und 65 Mitarbeiter und da kann auch jemand anders einspringen und das machen. Das heißt, ich mache nur das, was ich auch machen will. Und alles andere kann ich abgeben oder absagen, weil selbst wenn ich jetzt, ich könnte auch theoretisch, ja, wenn sich jetzt jemand meldet und Kunde hier werden will, ja, also erstmal würde ich sowieso nicht mehr dieses Verkaufsgespräch selbst führen, aber theoretisch, wenn ich es führen würde, könnte ich mir einfach trotzdem absagen, weil ich auf das Geld gar nicht angewiesen bin. Du verkaufst ja praktisch die Freiheit ja ein durch das Business, was du aufgebaut hast. Natürlich kannst du es nicht schon endlich lange machen, ne? Wenn man gar nicht mehr arbeitet, dann ist das ja auch wieder weg, theoretisch. Außer du hast entsprechend viel Geld schon zurückgelegt, was ja auch bei uns faktisch so ist, aber gut, was sollen wir sonst machen? Wäre langweilig. Aber wenn du die ganzen privaten Dinge, die du machen möchtest, alle machen kannst und das mit dem Business einhergeht und passt, ist das okay. Ja, manchmal, klar, haben wir auch Events oder so, auch von der Branche, wenn ich da hin will, dann kann ich halt meinen Urlaub jetzt nicht da hinlegen, aber das ist ja normal. Aber wie oft kretscht da so das Business mal so, ja? Ja, ganz wenig, weil wir planen ja unser Jahr schon im Voraus, deswegen ist mir halt auch schon klar, wann was ist und es ist ja dann nur eine Überraschung, oh, da ist jetzt ein Business-Termin, dann kann ich jetzt gar nicht das machen, was ich privat machen wollte, es ist ja nur schlechte Planung vorher. Also ad hoc Sachen gibt es gar nicht mehr? Ne, also wie gesagt, wenn ich jetzt ausreichere, jetzt wirklich ganz spontane Sachen, die ich jetzt machen will, dann darf ich es einfach umschieben und das kommt dann auch kaum vor, weil ich schon direkt vorher richtig plane. Also du musst ja immer weiter vorausschauend denken, ja. Wenn du auf der Autobahn schneller fährst, musst du auch weiter nach vorne schauen, wie wenn du 20 kmh fährst, weil da siehst du, wenn da was vor dir passiert, kannst du leichter bremsen, aber wenn du 200 kmh fährst, musst du ein bisschen ein paar Meter weiterschauen und im Business ist es genauso, ja, wenn du ein großes Business hast, musst du auch weiter vorausschauend denken. Da kannst du nicht einfach so tagesimpulsiv entscheiden, oh, ich wechsle jetzt mal meine Zielgruppe oder ich verändere meine Positionierung oder ich lasse das jetzt, sondern du musst ja ein bisschen in die Zukunft planen, was du tust. Und diese Denkweise, die kommt dir halt, also da wächst man halt rein. Also ich bin jetzt auch nicht so aufgestanden damals, sondern man entwickelt sich ja in dieses Mindset und dann sind private Termine händeln das gleiche kleinste Problem, meiner Meinung nach. Ich habe einfach nach dem Motto, wenn es mir wichtig ist, dann mache ich das, wie ich das will. Und wenn man eine einfache Lösung finden kann, indem man einfach vorausschauend plant, dann kommt die Situation ja gar nicht auf. Wie strukturierst du deinen Tag? Also vor allen Dingen im Vergleich zu damals, als ihr mit Baule Consulting angefangen habt, weil ich meine, dich natürlich jetzt, jetzt ist die Struktur wahrscheinlich eine andere oder hat sich da maßgeblich nichts verändert? Ich habe gar keinen normalen Tag. Also bei mir ist immer, das ist jetzt heute mein einziger Termin zum Beispiel. Morgen haben wir ein Event, das geht voll morgens bis abends. Nächste Woche habe ich im Kalender gar keine Termine, außer meine Live-Calls, die ich ja selber machen will. Habe ich gesehen, die Woche darauf sind wir weg, da sind wir in Paris. Da bin ich dann halt unterwegs und dann habe ich da aber auch mal Live-Calls und sonst aber wieder Freizeit, wie ich gestalten kann, wie ich will. Jetzt gerade arbeite ich viel an Programmen, also Andreas und ich, wir machen ganz viel, dass wir unsere Programme, sag ich mal, weiterentwickeln und wir arbeiten natürlich auch an neuen Trainings. Und das sieht dann eher so aus, dass ich halt sehe, okay, ich habe jetzt nächste Woche zum Beispiel gar nichts. Dann haue ich mir da selber irgendwie so einen Block rein, dann kann auch keiner was reinlegen, selbst wenn das jetzt irgendwie, also ich weiß jetzt nicht, was einer reinlegen wollen würde, weil das passiert eigentlich auch schon nicht, aber ich block mir dann quasi selber so einen Timeslot von ein paar Stunden, wo ich sage, in dem Zeitraum will ich jetzt für dieses Programm diese Module drehen zum Beispiel. Und dann habe ich schon mal so ein bisschen vorgeplant, was ich machen will. Aber im Grunde habe ich jetzt keinen klassischen Ablauf. Ich habe so zwei Meetings, die ich, so Joe-Fix-Termine, die sind aber auch flexibel, wo ich weiß, okay, am Montag und am Dienstag will ich immer so hier mal in 20 Minuten über das Thema reden mit meinem Mitarbeiter und bei dem anderen über das Marketing so. Und that's it. Das ist ja das Ziel von einem Unternehmen, ist ja, dass du freie Zeitgestaltung hast. Also war zumindest meine Idee dahinter, ja. Also es gibt ja viele, die bauen sich dann das Golden Hamsterrad, wo sie dann die ganze Zeit nur noch im Golden Hamsterrad am Strampeln sind. Das heißt, dass du aber jetzt auch erst so richtig diese ganzen Hüte, so jonglieren kannst du Sport, Ernährung, Privatleben, Business... Ich habe dich schon immer jongliert. Ja, wie hast du es gemacht? Ja, wie habe ich es gemacht? Das ist doch voll einfach. Oder was ist das Problem daran? Ja, ich habe Mitarbeiter. Ja, genau, jetzt schon, ja. Ja, wie viele Mitarbeiter habt ihr denn? Noch keinen. Deswegen, sobald du Mitarbeiter hast, wenn du vorher Sales Calls gemacht hast, machst du die halt nicht mehr, dann macht ja der Mitarbeiter. Du musst halt immer nur den Fokus behalten, dass alles läuft. Wie kriegst du das hin? Ja, indem du Kennzahlen hast pro Mitarbeiter. Ich weiß genau, ob mein Fulfillment-Team richtig arbeitet, also unsere Coaches, die ihre Aufgabe gut machen, das sehe ich an den Kundenergebnissen. Ich weiß genau, ob mein Marketing richtig funktioniert, das sehe ich an den Zahlen im Marketing, Leadpreise und so weiter und so fort. Damit kann man das ja einschätzen. Beim Sales sehe ich es an den Umsätzen, da sehe ich es an den Anrufersuchen, an den ganzen Vertriebs-KPIs. Wir haben sogar mit Umsatz-O ja auch ein CRM-System kreiert, was schon das Vertriebscontrolling abbildet, so bei unseren Kunden, damit die genau von diesem Know-how auch profitieren können beispielsweise. Und dann im Social Media sehe ich ja auch, hey, wie sind unsere Views? Wie viele Leute schauen sich unsere Videos an? Ob die Zahlen hochgehen oder runtergehen, kann ich ja da einschätzen. Und dementsprechend habe ich ja alles im Blick. Ja, ich habe dann auch natürlich noch eine kumulierte Ansicht für mich selber, um nur die wichtigsten Zahlen zu betrachten. Und dann sehe ich ja, wo irgendwo ein Defizit ist. Und wenn irgendwo ein Defizit ist, habe ich ja einen Teamleiter. Dann muss ich dann nicht selbst hingehen und das machen. Und dann sage ich, hey, hier, Teamleiter aus dem Coaching. Hier, die Zahl bei den Mitarbeitern runter. Schau dir mal an, was mit dem los ist. So, was macht der anders? Hat vorher besser gepasst? Und dann wird das so überprüft. Und der Markus von früher, wie hat der das gemacht? Der Markus von früher hat selbst die Sales-Calls gemacht. Der Markus von früher hatte ja auch nicht den Anspruch, zu sagen, ey, ich habe einen leeren Kalender. Sondern als ich Sales-Guy war, wollte ich ja einen vollen Kalender haben, um viele Abschlüsse zu machen. Ja, das heißt, ihr müsst selber wissen, okay, was ist meine Rolle gerade? Wenn ich keine Mitarbeiter habe, dann seid ihr die Selbstständigen. Dann müsst ihr auch die Arbeit machen. Dann müsst ihr die Sales-Calls machen. Dann müsst ihr die Cold-Calls machen, wenn ihr eine kalte Akquise macht. Und ihr müsst die Ads schalten können. Ihr müsst selber im Business-Manager die Sachen machen. Aber das ist ja der Punkt. Sobald man Geld hat, ist es ja schlau, dass du investierst in den Mitarbeiter, die das dann übernehmen für dich. Damit du dann nur noch drüber guckst und es nicht mehr selbst machen musst. Dadurch habe ich natürlich das Verständnis. Ich weiß, wie alles geht. Also mir kann jetzt keiner meiner Vertriebler sagen, ja, nee, den Einwand kann man nicht händeln. Dann sage ich, wie man den Einwand händeln kann, habe ich selbst gemacht. Aber so habt ihr quasi, ihr kauft euch die Zeit wortwörtlich quasi ein. Und wie ihr die dann investiert, ob ihr die dann nutzt für private Sachen oder um das Business weiter wachsen zu lassen, das könnt ihr selbst entscheiden, wie ich ja gerade gesagt habe. Ich habe ja ein Interesse daran, das zu arbeiten. Das stört mich ja nicht. Deswegen ist ja auch das Unternehmen, wächst das ja auch die ganze Zeit logischerweise. Weil Andreas, Arben und ich, wir haben alle Bock zu arbeiten. Wir haben alle Lust darauf. Also fokussieren wir sogar die Zeit, die wir mit anderen Sachen investieren könnten, wieder ins Business und lassen das wachsen. Aber trotzdem haben wir noch genug Zeit für Family, Beziehungen, Freunde, Urlaube. Ja, es geht alles. Man kann dann alles unter einen Hut bringen, weil man diese Mitarbeiter hat und das dann funktioniert. Weil ich sehe das ja immer wieder online hier, wie kann man produktiver sein? Ich muss nicht produktiver sein, ich brauche einfach nur noch mehr produktive Mitarbeiter. Ja, das ist dann eine ganz andere, also ganz andere, sage ich mal, Arbeitsweise plötzlich. Und man muss aber immer wissen, okay, wo befinde ich mich gerade? Ja, ihr seid noch nicht an dem Punkt dann, wenn du sagst, ich habe noch keine Mitarbeiter, dann seid ihr noch nicht an dem Punkt, wo man sagen kann, okay, ich kann jetzt theoretisch auch mal zu Hause bleiben den Vormittag, weil es läuft ja sowieso dadurch. Auch wenn, selbst wenn ich nicht da bin. Weil es gibt ja, also man braucht nicht nur die Mitarbeiter, man braucht natürlich auch die Systeme und die Prozesse. Also diese KPIs, die ich eben gesagt habe, da gibt es IT-Systeme, die das alles tracken und ich kann das einfach aufrufen vom Handy. Das muss man ja erst mal aufbauen. Auch das war harte Arbeit. 2019, 2020 haben wir so intensiv diese Sachen aufgesetzt und jetzt profitiert man halt seit ein paar Jahren davon. Das Thema Mitarbeiter, gibt es eigentlich bei euch, wenn ich jetzt zum Beispiel als, weiß nicht, als Setter oder sowas anfange zu arbeiten oder auch in anderen Bereichen, weiß ich denn bei euch, wohin ich mich konkret auch entwickeln kann? Also ich meine, im Vertrieb weiß ich jetzt, okay, dann gibt es einzelne Rollen, aber in anderen Bereichen ja auch, aber gibt es einen Karriereweg, wenn ich jetzt bei euch als Mitarbeiter anfange, ist das auch überhaupt ein Ziel von euch, wenn jetzt jemand reinkommt, dass die Person weiß, es gibt einen gewissen Weg, den ich gehen kann, um mich zu entwickeln? Ja, also klar, man kann schon in den Bereichen einschätzen, wie sich das weiterentwickelt, aber grundsätzlich, so die Mitarbeiter, die ja teilweise hier sind, die waren ja schon hier, als wir zehn Leute waren. So, und zu denen haben wir damals gesagt, hey, das wird groß und schau, was passiert und genau dasselbe wissen ja auch alle anderen, die hier sind. Ja, die kennen ja die Kollegen dann, die schon seit, keine Ahnung, fünf Jahren jetzt hier sind, wie die Firma vor fünf Jahren aussah, da hatten wir nicht das Office hier, da waren wir irgendwo in einem kleinen 200 Quadratmeter Büro, jetzt haben wir 2200 Quadratmeter, bieten jetzt wieder die nächsten Flächen dazu an, und haben jetzt hier einen Seminarraum, haben wir diese ganzen tollen Möglichkeiten, Parkhaus, Obstkorb. Kerbe. Wobei die Obstkorbe hatten wir schon seit 2017 oder 2016. Grenzzeit dahin. Also das haben wir, nee, seit 2016, ja. Die hatten wir schon vorher, bevor die cool waren. Das heißt, also man sieht ja, man kann sich entwickeln, das ist halt wichtig zu begreifen. Also dir geht es mehr darum, dass das Potenzial überhaupt sichtbar ist und dass jemand sehen kann, hey, hier ist ja auch Potenzial zur Entwicklung, anstelle von, okay, ich komme rein und weiß jetzt genau, das ist sozusagen mein gerader Weg, den ich laufen kann, was ja auch in vielen Betrieben oder in vielen Firmen auch so gerade im Personalbereich so ein Ding ist, dass es so gerufen wird nach, ey, ich will genau wissen, wie mein Weg ist, so ein bisschen, anstatt so dieses, ey, es könnte jetzt explodieren, richtig geil, und da könnte ich das vielleicht neue Bereiche auch aufmachen. Ja, also man muss einfach das kommunizieren, was man kommunizieren kann. Ich hätte jetzt auch nicht vor fünf Jahren gewusst, wie es heute aussieht. Also wir hatten ja nie die Vorstellung, dass das mal so groß wird. Also war ja gar nicht unsere eigene Vision bis dato gewesen. Ja, wir haben gestartet zu dritt in einem Coworking-Space. Wir haben auch nicht gewusst, dass wir irgendwie, jetzt sind wir acht Jahre später, 38 Millionen Euro Jahresumsatz machen und mit der Firmengruppe sogar noch mehr und so viele Leute daran arbeiten und wie die größte Brand dafür sind im Grunde im deutschsprachigen Markt. Das war uns ja auch nicht bewusst. Oder dass es denn so Software-Tools gibt wie Learning Suite oder Umsatz.io? Das war ja so, da habe ich im Coworking-Space gesessen und habe Calls gemacht. So, das war total weit weg. Da war mein Ziel, genug Geld zu verdienen, um jeden Tag in ein Restaurant essen zu gehen. Geil, so, in einem guten, schönen Steakhouse. Und dann merkt man, nachdem man mehrere Tage am Stück im Steakhouse war, dass man gar keinen Bock mehr hat auf Steak. Apropos Ziel, was ist so dein persönliches Ziel hinter dem Ziel? Mein persönliches Ziel hinter dem Ziel? Was meinst du damit? Naja, ein Ziel, also was, glaube ich mal, Andreas oder du hast das gesagt, 100 Millionen im Jahr Umsatz. Ja, das ist halt ein... Das wäre jetzt so ein obvious Ziel, ja, aber ein Ziel hinter dem Ziel. Was ist dein persönliches Ziel hinter dem Ziel? Spaß zu haben, einfach bei der Arbeit. Also, solange ich ins Büro gehe, happy bin, Spaß habe, coole Kollegen habe, ja, den Kunden, dass es mir auch Spaß macht und wir Leuten dabei helfen, ja, und gleichzeitig Millionen damit verdienen. Also, ich meine, jetzt auch wirklich Gewinne machen wir ja jedes Jahr. Ja, so, warum sollte man das nicht machen? Und ich habe jetzt weniger Stress, wie, wo wir, ja, kleiner waren, vom Unternehmen her, ne? Das muss man halt einfach, es ist viel einfacher, Multimillionenunternehmen zu führen, wenn man eben in der Lage ist, halt vorausschauen, zu arbeiten und zu denken und wirklich langfristig, sag ich mal, sich Gedanken zu machen, wie sich Sachen, die man jetzt heute startet, auswirken, als, ja, das ist halt weniger Stress, wie wenn man der einzelne Selbstständige ist und sich immer wieder fragen muss, wo kriege ich jetzt die nächsten Kunden her, ne? Weil ich mache mir keine Sorgen, dass wir in einem Monat keine Kunden gewinnen, ja, sondern ich weiß ganz genau, die werden wir gewinnen, weil wir schon so viel Arbeit geleistet haben, wir kriegen allein, wir haben ja mehr Anfragen im Monat über Empfehlungen, als wir damals in einem halben Jahr Kunden gewonnen haben oder in einem Jahr. Also, es ist halt total krank eigentlich, wenn man sich das so überlegt. Und ich fand das ganz spannend, das hatte ich nämlich mal in einem Video gesehen, irgendwie, da hieß es, dass hier Jeff Bezos hat ein gutes Quartal gehabt und dann haben die gesagt, boah, super Quartal und so, ob er dann stolz ist auf sich selber und dann meinte er so, ja, wir haben jetzt ein gutes Quartal, aber die Arbeit, dass dieses Quartal gut war, die haben ja, das war ja die Arbeit von vor vier Jahren. Das heißt, was er vor vier Jahren gemacht hat, hat Auswirkungen auf vier Jahre später, nämlich das Quartal im Prinzip und diese Denkweise, die habe ich jetzt auch so, ich merke das halt selbst, wir gehen in eine Richtung, überlegungsstrategisch was, gehen in diese Richtung, arbeiten, 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 fokussiert und dann sieht man die Auswirkungen teilweise sechs Monate, zwölf Monate später erst und wie die dann hintereinander greifen und so, das merkt man schon, je größer die Organisation halt wird und ich traue mir auch schon zu, dass wir auch noch deutlich einen größeren Impact haben können und für mich ist halt immer wichtig, das Ganze halt in einem adäquaten Level hinzukriegen, dass es halt nicht meinen Lifestyle persönlich einschränkt mehr, sondern halt trotzdem cool ist und funktioniert und ja, weil es gibt ja, wie gesagt, immer die Möglichkeit, von morgens bis abends durchzuarbeiten, aber das macht ja langfristig einen auch nicht happy und funktioniert auch nicht, sondern das ist halt wirklich so phasenweise mal, man hat mal ein paar Wochen, wo man ein bisschen mehr Gas gibt und dann hat man wieder ein bisschen, eine Woche, zwei Wochen, wo man eher chillt und so und das ist auch normal, denke ich. Wenn man, sag ich mal, auf diesem Level ist, wo man auch Mitarbeiter hat, weil sonst hast du die ganze Zeit natürlich immer den Druck. Bist du manchmal genervt davon, dass du, also das heißt, wenn Firmen größer werden, werden die natürlich auch Träger, also wenn du allein selbstständiger bist, entscheidest du alles selber, du musst niemanden einbeziehen in irgendwelche Entscheidungsprozesse oder sowas, jetzt hast du ja deutlich mehr Leute als nur ein, zwei Mitarbeiter, kommt dir das manchmal so vor, als wäre deine Firma wirklich Träger geworden und geht dir das auch? Geht dir das manchmal auf den Nerv? Nö. Bürokratie ist an sich ja was Gutes, weil die Sorge ja für das Strukturen herrschen, sondern man muss halt aufpassen, dass es nicht zu sehr über Bürokratie wird, dass man, dass quasi nichts mehr passiert, aber es ist ja auch ein Schutz von einer Organisation, dass nicht einfach jemand, wenn du jetzt beispielsweise sagst, okay, pass auf, ich habe jetzt hier mein Unternehmen auf, stell dir vor, ihr habt jetzt euer Business aufgebaut, ihr habt 30 Mitarbeiter, jetzt stellt dir irgendjemanden ein in einem Bereich im Marketing und der sagt, nee, das ist alles falsch, was wir hier machen, wir stellen das jetzt hier alles um und fängt einfach an, die Sachen zu ändern, ihr kriegt das gar nicht mit, weil ihr das gar nicht vorgesehen habt, dass es irgendwie Bürokratie gibt, wo darüber geredet werden muss, irgendwie mit euch zum Beispiel und jetzt geht ihr hin und zersabelt euren ganzen Business Manager Account und schaltet die Ads wie ihr will und dann drei Wochen später kommen überhaupt keine Leads mehr rein über das Marketing, die Sales gehen runter, ihr müsst erstmal rauskriegen, woran liegt das, keiner weiß, woran es liegt, dann müsst ihr erstmal auf eine Deckungstour gehen, zwei Monate später merkt ihr, da hat jemand einfach alles geändert in eurem Marketing und jetzt habt ihr quasi schon 60 Tage, wo ihr vielleicht, wo ihr vorher ein paar hunderttausend Euro im Monat umgesetzt habt, plötzlich nur noch ein Bruchteil, 20% von dem, was ihr vorher gemacht habt, da will ich mal sehen, wie deine Laune dann ist und dann will ich mal sehen, wie die Laune von den Kollegen ist, wenn die dann alle gefeuert werden. In Konzernen, also die Konzerne, ich habe ja im Konzern gearbeitet, da ist es genau so, da wird gar nichts entschieden, ohne dass das halt durch mehrere Gremien durchgeht. Natürlich dauert alles länger, aber die Auswirkungen sind ja auch viel fataler. Ja, die sind viel, viel fataler auf, nicht auf ein paar Leute, sondern vielleicht auf Tausende, wenn da eine falsche Entscheidung getroffen wird, deswegen verdient ja auch so ein Geschäftsführer von einem DAX-Unternehmen, kriegt ja auch Millionen jedes Jahr ein Gehalt, weil wenn er einmal irgendwie sagt, nee, wir müssen jetzt in die Richtung marschieren und er ist derjenige, der Verantwortung trägt, ja, und er verkackt das, dann verlieren vielleicht tausende Leute ihren Job, so, also man muss da einfach fucking gute Entscheidungen treffen und er hat ein ganz anderes Gefühl von Druck bei der Arbeit, wie wenn du jetzt irgendwo, sag ich mal, einen anderen Job ausübst, der weniger verantwortungsvoll ist, ne, das ist halt vielen halt nicht bewusst, aber das ist halt so, ne, und der muss dann gut pennen, quasi, wenn da, wenn seine Entscheidungen irgendwie ein Unternehmen in die Bredouille bringen. Nur mal so eine Frage jetzt zu eurem Programm, also wir haben, wie gesagt, im September gestartet, wir machen Lead-Generierung für IT-Unternehmen. Bei LinkedIn, oder? Bei LinkedIn, genau, vollkommen richtig, genau. Ich komme, wie gesagt, selbst aus der Branche, habe das auch ziemlich lange in der Beratung selbst mitgestaltet, auch in den Konzernen und habe dann festgestellt, gerade in der Beratungsbranche oder bei IT-Systemhäusern, das sind fachlich sehr, sehr gute Leute, können halt aber relativ, ich sag mal, es fällt ihnen schwer zu verkaufen, sag ich jetzt mal so. Ja. Und genau das haben wir jetzt aufgegriffen, weil Melanie selbst Marketing-Erfahrungen hat und das haben wir jetzt super kombiniert, das kommt auch sehr gut an. Wir haben mit dem Elite-Training gestartet, wir haben durch unsere Testkunden, das ist etwas, was wir bei euch kennengelernt haben, das war, muss ich schon sagen, exzellent, das hätte ich so nicht gedacht. Wir haben sehr viel gelernt, wir haben viel optimiert, jetzt versuchen wir auch diesen Schnitt zwischen Optimierung und ich sag jetzt mal, es ist gut, wir können damit auch rausgehen beziehungsweise wir sind schon damit auch auf dem Markt und können eigentlich auch das Produkt so, das wir vorhin mit verkaufen. Wir wollen uns nicht zu über, ich sag jetzt mal, perfektionieren. Und das nächste Programm, wann eignet sich das grundsätzlich bei euch? Bei uns? Ja. Also dir ein neues Programm zu verkaufen, das ist für mich die leichteste. Ja, das glaube ich, ja. Das kriegen wir heute auch noch hin. Ja, das stimmt. Nee, aber ist das jetzt, ich sag mal, dieser Schnitt von Testkunden auch, jetzt sag ich mal, um zu sagen, okay, Testkunden grundsätzlich. Ja, also erst mal, Testkunden ist ja insbesondere, wenn man jetzt ein neues Angebot hat, wie das bei euch jetzt ja der Fall ist, dann will man das ja am liebsten irgendwie mal validieren, ob die Leute es auch wirklich so geil finden, wie man das anbietet. Deswegen haben wir diese Testkundenstrategie, die ihr dann gemacht habt, habt ihr ja mit Kunden gearbeitet und festgestellt, okay, hier haben die ein Bedürfnis oder ein Problem und wir können das lösen und auf die Art und Weise können wir das lösen und dann arbeitet man mit denen und dann merkt man, das klappt. Dann baut man ja auch direkt Selbstbewusstsein auf für dieses Angebot und verdient gleichzeitig aber schon Geld, weil der Testkunde zahlt ja auch normalerweise dann halt einen geringeren Preis vielleicht, aber man lernt schon mal zu arbeiten. So, wenn man dann natürlich ein Angebot entwickelt hat, dann kann man natürlich auch das zu einem regulären Preis, den man sich dann eben dafür wählt, auch verkaufen und auch dann gewinnt man einfach weiter Kunden und macht seinen Umsatz und dann dann baut man ja so das Geschäft praktisch erstmal auf. Also das ist einfach so die Strategie der Testkunden in erster Linie und das macht auch mega Sinn. Da haben wir sehr, sehr viele Kunden oder Kundinnen, die das halt umgesetzt haben für sich, insbesondere bei einem neuen Angebot und ihr seid ja quasi gestartet mit einem neuen Angebot, daher war das super. Für uns ist es einfach nur, also klar, wir möchten auch natürlich gewissen Kundenstammes mal aufbauen, wir sind zu zweit, ich glaube, man kann auch durchaus sagen, wir können zu zweit eine gewisse Anzahl an Kunden erstmal selbst stemmen und zu sagen, okay, dann wäre vielleicht interessant auch Mitarbeiteraufbau etc., wir haben bereits eine Mitarbeiterin, aber wir können uns das vorstellen, wie gesagt, das Ganze aber etwas größer zu ziehen, aber ich merke auch, dass wir den Prozess, den wir jetzt hier von Anfang an mit versucht haben zu optimieren, dass wir auch da immer wieder uns so ein bisschen, also versuchen da immer besser und perfekter zu werden und da hoffe ich, dass wir auch diesen Absprung dann auch, ich sage mal, irgendwann nicht so ganz auf dieses Perfektionismus legen und irgendwann sagen, okay, 80 Prozent ist auch gut. Ja, es gibt so einen Spruch, done is better than perfect, im Unternehmertum ist das auch sehr zutreffend, finde ich, also wenn man jetzt vor allen Dingen in der Anfangsphase ist, beim Aufbau seines Geschäfts, dann macht man sich halt viel zu viele Gedanken um diesen Perfektionismus und es bringt dir viel mehr, einfach mal Sachen zu machen, ja, mit Kunden zu arbeiten, auch wenn man noch nicht 100 Prozent Klarheit hat, okay, was will ich jetzt genau eigentlich mit denen alles machen, einfach mal die Kunden sozusagen zu gewinnen, anzufangen zu arbeiten, weil du kannst ja immer so viel ausdenken, was die Probleme von deinem Kunden sind, ja, selbst wenn du auch schon Jahrzehnte in der Branche warst, bis du letztlich mit den Leuten arbeitest und die dir Geld dafür bezahlen und die dann mit dir in den Calls sitzen und dann über die Themen sprechen, wirst du nicht dir vorher überlegen können, was werden die alle sagen, sondern du wirst es halt dann erst erleben, wenn du dann da sitzt, so wenn du dann die Dienstleistung hast, willst du es natürlich auch immer besser machen, ja, aber wenn deine Kunden Ergebnisse haben, warum sollten nicht andere Leute auch Ergebnisse haben, was bringt es denn dir jetzt, ja, das immer noch besser und besser und besser zu machen, statt es einfach schon mal wieder weiter zu verkaufen und dann wieder noch mehr Kunden zu gewinnen und es parallel dann Stück für Stück zu verbessern, ja, so sind wir auch immer vorgegangen, das heißt, wir haben immer geschaut, ja, wir wollen Sachen rausbringen, wir wollen Sachen releasen, ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach unseren YouTube-Kanal anschaue und du schaust dir die ersten Videos von uns an, gehst auf die Ältesten, so, die sind ganz anders als heute, ja, da war alles viel, viel schlechter von dem Equipment über den Inhalt, über alles andere, äh, die Vorgehensweisen und so, aber immerhin haben wir was gemacht, haben gestartet und haben dann Stück für Stück dazugelernt, weil du kannst halt nur quasi lernen, wenn du, ähm, reagierst und, äh, agierst halt proaktiv, was, was tust und, äh, das ist jetzt, da gibt es auch ein weiteres Ding, halt, wenn Leute irgendwie, äh, Kritik haben an dem, was du machst, dann kannst du daraus lernen, so, also zum Beispiel die, äh, die besten Entwicklungen in unseren Produkten, ja, die kamen dann auch natürlich, wenn irgendwie mal einer gesagt hat, hey, äh, das hier war vielleicht am Anfang geil, aber irgendwie, das funktioniert jetzt nicht mehr so, dann haben wir gemerkt, okay, wir müssen die Programme immer aktuell halten, ja, also ich rede jetzt hier von so 2016, 17, 18, wo wir dann gemerkt haben, okay, wir müssen immer alles wieder anpassen und deswegen sind ja unsere Produkte so gut, weil unsere Dienstleistung ja immer wieder aktualisiert wird, ja, wenn sich irgendwas im Markt verändert, ja, dann aktualisieren wir das, dann kommt ein iOS-Update, Ads gehen anders, alles über Ads wird aktualisiert, so, und dann leben ja, dann haben die Kunden ja auch immer einen viel, viel größeren Mehrwert davon, weil es hat keine toten, äh, Dienstleistungen, sondern die wird immer wieder weitlaufend weiterentwickelt, die Beratung wird immer wieder besser und besser und besser und das geht ja nur, wenn du halt loslegst und wenn du jetzt perfektionistisch bist, dann setzt das ja voraus, ich würde das ja nie wieder anpacken, das muss ja perfekt sein und es gibt aber nichts, was perfekt ist, vor allen Dingen in dem Business nicht, aber du kannst nahezu Perfektion erlangen, wenn du einfach immer wieder neue Iterationen machst, immer wieder die Sachen verbesserst, ja, der 911er von Porsche sieht heute auch anders aus als vor 30 Jahren und lustigerweise ist er wahrscheinlich heute für die Leute so wie er jetzt ist, geiler, ja, und vor 30 Jahren war der auch für die Leute so geil, wie es halt damals das Beste war, weil es ändert sich ja das Beste, also der Perfektionismus macht ja gar keinen Sinn, weil er sowieso wieder outdated ist irgendwann. Kass? Darf ich da nochmal eine Frage stellen, Thema LinkedIn-Generierung, wie nehmt ihr das grundsätzlich im Unternehmen wahr? Also LinkedIn, um LinkedIn zu nutzen, um Kunden zu gewinnen, das funktioniert auf jeden Fall, du hast ja eben ganz schön angesprochen, zum Beispiel diese ITler, ja, die sind mega kompetent und auch Musiker machen geile Musik, aber die können sich nicht selbst verkaufen, weil die halt diese unternehmerische Denkweise nicht akzeptieren wollen, also die wollen gar nicht akzeptieren, dass sie selbst Unternehmer sind, dass sie selbst auch Marketing machen müssen und Vertrieb machen müssen und deswegen ist das gut, wenn es dann so Leute wie euch gibt, die dann zum Beispiel in diesen Märkten diesen Gedanken vorantreiben und ihnen das auch beibringen, ja, oder auch wie wir jetzt, ja, weil halt viel zu viele Leute, die eine geile Expertise haben, sehr, sehr schlecht darin sind, sag ich mal, die auch zu vertreiben und Kunden zu gewinnen zum Beispiel und bei LinkedIn ist das halt eine mega Plattform, um, sag ich mal, in diesem Corporate-Rahmen, aber auch um mittlerweile Selbstständige und Unternehmer zu akquirieren, das ist wirklich im B2B-Bereich eine gute Plattform, um da Kunden zu gewinnen, sowohl organisch über Nachrichten als auch über Ads kann man auch schalten, also wir schalten auch selbst schon lange Jahre LinkedIn-Werbung und das funktioniert natürlich auch, also, natürlich ist, LinkedIn-Werbung funktioniert anders als Facebook-Werbung, LinkedIn-Message-Aquise funktioniert anders als bei Instagram, also muss man immer die Plattform verstehen und kennenlernen und dann macht es auf jeden Fall Sinn, also, wenn so ein IT-Haus, die ja eure Kunden sind beispielsweise, wenn die ein Projekt gewinnen, dann ist das ja ein paar 300.000 Euro wert teilweise so, da kann man schon mal ein paar LinkedIn-Nachrichten für rausschicken, würde ich sagen. Ab wann würdet ihr grundsätzlich empfehlen, LinkedIn-Werbung zu schalten, wenn ich da nochmal einhaken darf? Wenn man die profitabel schalten kann, also ab dem Zeitpunkt, wo man ein Budget hat für Ads und es für die eigene Nische, für das eigene Angebot Sinn macht, macht es immer Sinn, eigentlich auch Ads zu schalten, weil du verdienst ja Geld damit, das ist ja keine Ausgabe, das ist ja eine Investition in Marketing mit einem Return on Advertising Spender, also ROAS und solange der in entsprechenden Höhe ist, kann man da sich rantrauen. Man muss allerdings davon ausgehen, dass die ersten Erfahrungen mit Ads wahrscheinlich eher so sind, dass man halt Geld verbrennt, aber eigentlich verbrennt man sie nicht, weil man sammelt Daten, nämlich Daten, wie es nicht geht und wenn man davon lernt und daraus lernt, wie man dann besser vorgeht, dann kann man schon nach ein paar tausend Euro die ersten Umsätze generieren und wenn man das dann auf einem konstanten Level hinbekommt, dann hat sich dieses, sag ich mal, Invest vorher schon ausgezahlt. Also wir haben noch nie, meiner Meinung nach, wirklich Geld mit Marketing verbrannt. Natürlich gab es Kampagnen, die waren weniger lukrativ, manche Kampagnen haben vielleicht auch wirklich nur Verlust erzeugt, aber um dann, wenn du dann halt die machst und dann findest du eine, die richtig geil funktioniert, wo du dann dein Geld verachtfachst und das läuft dann über mehrere Monate, dann hat sich doch das alles gelohnt, dann war das auch okay. Und dann hast du das gelernt, ja. Genau, und dann wird man immer besser da drinnen und je besser man wird und je mehr Marketing Verständnis man hat, desto höher ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass du sofort eine gute Werbekampagne schaltest. ja, da gibt es natürlich auch immer Expertise, die man halt in den gewissen Bereichen halt aufbauen kann, ja, Google, okay, was ist bei Google anders als bei Meta, was ist bei Meta anders als bei LinkedIn, was ist bei TikTok anders als bei den anderen Plattformen und dann lernt man daraus und dann, wenn man dieses Know-how aufbaut, dann ist das halt ein enormer Business-Skill, deswegen haben wir auch Business-Day, auch zum Beispiel diese cool, so Social-Media-Marketing-Agentur, weil da viele Leute wollen ja wissen, wie man das macht und da geben wir halt so die Basics mit praktisch, ne. Gab es bei euch eigentlich so einen bewussten Entscheidungsprozess, hey, wir werden jetzt eine Personal-Brand, keine Corporate-Brand und wir halten trotzdem aber unser Privatleben aus der Öffentlichkeit raus? Ja, wir haben 2018 mit YouTube angefangen, davor haben wir ein bisschen so Instagram gemacht, aber auch nicht wirklich jetzt gezielt und seitdem haben wir das eigentlich kontinuierlich gemacht, wir haben da selber so unsere eigenen Grenzen, wo zum Beispiel wir, das sind eigentlich Sachen, die wir nicht zeigen wollen, ja, private Dinge so und dann haben wir gewisse Sachen, die wir immer halt, wenn wir das machen, irgendwie natürlich auch teilen, ne, so und das ist schon bewusst gewesen, klar, also ich muss jetzt nicht alles öffentlich veröffentlichen, was wir machen, ne, dass also das eine Personal-Brand ein massiver Asset für dich selbst ist und für dein Business auch ist, ja, wenn du die Personal-Brand nutzt um dein Business zu promoten, dann, das ist also ganz klar, ist klar, dass ja jede, jeder Euro, der verdient wird über deine organische Reichweite, die du dir aufgebaut hast, ist ja, ist ja 100% schon mal geiler, wie wenn du da Werbung geschaltet hast und das Geile ist, deine Werbung hat ja noch einen viel größeren ROAS wiederum, ja, wenn die wieder auf deine Personal-Brand zurückverlinkt, ja, also unsere Accounts sind ja auch so schnell gewachsen wegen der Werbung und gleichzeitig ist natürlich auch der ROAS höher wegen unserer Personal-Brand, ja, also das spielt ja alles miteinander zusammen, das ist halt sehr, sehr geil. Also lohnt sich enorm, es hat auch Nachteile logischerweise, ne, wenn man jetzt bekannter ist, aber da muss man schon sehr, sehr viele Follower haben und sehr, sehr viel Werbung schalten, dass da so Nachteile irgendwie da entgegenkommen, ja. Könnt ihr in Koblenz noch vor die Tür gehen? In Koblenz können wir wunderbar vor die Tür gehen, es ist ja niemand überrascht, wenn wir hier sind, ja, die kennen uns ja alle, die wissen ja schon, wie wir sind, schon vorher. Hast du manchmal Respekt davor, was passiert, wenn ihr wirklich so bekannt werdet oder du auch so bekannt wirst, dass du jetzt irgendwie auch außerhalb von Koblenz erkannt wirst oder so? Ich werde immer außerhalb von Koblenz erkannt. Also es ist schon so. Ja. Also egal wo, in welcher Stadt, wir werden immer angesprochen eigentlich, ne Alex? In der Tankstelle. Ich habe schon bei der Tankstelle, der Alex und ich, wir holen uns immer, wenn wir unterwegs sind, mit der S-Klasse und irgendwo sind, dann halten wir immer an, an der Tankstelle holen uns immer Siedewurst. Der Arben hat mich einmal angerufen, der sagt so, ich frage mich immer, wer diese Menschen sind, die Siedewurst essen an der Tankstelle und dann mussten wir lachen, weil wir gerade eine bestellt hatten. Naja, auf jeden Fall, dann habe ich dann auch schon mal mit, gemeinsam an der Tankstelle mit Leuten Bilder gemacht. Aber ich finde das ja cool, also mich stört es nicht. Es kann sein, dass andere Leute sagen, hey, boah, das wäre die Horrorvorstellung, dass mich einer irgendwo anspricht und ein Foto mit mir machen will. Dann würde ich empfehlen, keine Personal Blade aufzubauen. Wir waren auf einem Flair-Konzert und da wurden wir auch angesprochen, da wollten ein paar Leute mit uns Fotos machen, das war auch sehr, sehr witzig. Aber ihr wart ohne Kamera da? Oder warst du mit Kamera mit? Nein, wir waren da privat. Wir haben auch danach Backstage sogar mit Flair gechillt. Weil wir seine Musik auch immer schon gehört haben. Wir haben immer auch, das lustigerweise, wir haben immer, wir haben schon 2017 und 2016, wo wir in diesem Coworking-Space noch gearbeitet haben, Andreas und ich, haben wir auch immer so, wir hören ja Deutschrap, also es ist ja nicht so, dass wir es nicht hören. Da haben wir auch so gesagt, irgendwann chillen wir mit Flair Backstage und so. Und dann haben wir das wirklich letztes Jahr gemacht. War sehr, sehr lustig. Ich hätte eine Frage noch zu dem Thema, was du meiner Zielgruppe raten würdest. Und zwar, genau, wie gesagt, ich helfe Musikern dabei, langfristig erfolgreich von der Musik zu leben. Und jetzt ist oftmals das Problem, dass sich Künstler, schräg, schräg, Musiker nicht mit dem Unternehmertum befassen wollen. Warum sollte sich ein Künstler, schräg, schräg, Musiker mit dem Business befassen? Also ein Musiker sollte sich deswegen mit dem Business befassen und wenn er vorhat, von seiner Musik auch leben zu können. Weil, wenn du nicht dir Gedanken darüber machst, okay, was ist eigentlich das Produkt, was ich liefere? Ja, die Musik. Musik ist nichts anderes als quasi Unterhaltung. Du verkaufst Leuten ein Gefühl, ein Erlebnis, wenn sie deine Musik hören. Und um Geld damit zu verdienen, müssen es möglichst viele Menschen hören. Oder du musst halt irgendwie sehr, sehr nischig unterwegs sein. Du kannst zum Beispiel sagen, hey, ich bin Hochzeitsmusiker beispielsweise. Dann ist das natürlich auch ein ganz anderes Angebot, wie wenn du einfach nur klassisch deine eigene Musik rausbringst und jetzt irgendwie zum Beispiel bei einem Label anfängst. Aber du musst halt dieses Geschäft einfach verstehen, weil sonst wirst du auf jeden Fall irgendwie in irgendeiner Art und Weise entweder dich selbst einen Trauerwert verkaufen oder wenn du wirklich schaffst, bekannt zu werden, wirst du dann wegen so Vertragsthemen wahrscheinlich von Leuten einfach kurz angebunden werden, weil du einfach zu wenig Ahnung hast. Es gibt ja genug Beispiele dafür schon in der Vergangenheit, weil einfach nur Leute sagen, ja, ich bin der Künstler, ich bin der Musiker, ich interessiere mich nicht für die Business-Seite und sind damit auf die Schnauze gefallen. Und man muss halt einfach dieses Geschäft einfach begreifen und man muss auch begreifen, okay, ist das, was ich gerade habe, langfristig? Ist das jetzt eine kurzfristige Sache? Ja, weil da viele sich auch überschätzen, die sagen dann, okay, ich habe jetzt den Erfolg und der wird jetzt einfach immer so weiterlaufen. Da muss man auch planen, ja, auch ähnlich bei Sportlern zum Beispiel. Und wenn man da nicht einfach selber das checkt, dass man am Ende des Tages auch nur ein Unternehmen ist, ja, ein Ein-Mann-Unternehmen vielleicht als Musiker, was auch Kunden hat, die bedient werden wollen, was auch irgendwo sich mit Steuern beschäftigen muss und sich beschäftigen muss mit Marketing und sich beschäftigen muss mit, wie verkaufe ich meine Dienstleistungen, ob das jetzt das Konzert ist oder die CD oder whatever oder die Musik bei Spotify und sich da mit all dem ich befassen will, dann soll man es halt immer besser lassen und dann sollte man einfach nur sagen, okay, Musik ist ein Hobby. Aber in dem Moment, wo man sagt, ich will damit Geld verdienen, muss man auch diese Unternehmerseite annehmen. Was glaubst du, wo das herkommt bei den Musikern? Also, ich meine, ich würde mal sagen, ich kenne die Zielgruppe ziemlich gut, aber mich würde interessieren, so, was glaubst du, warum ein Standardkünstler in Anführungszeichen sagt, hey, ich will mich mit Business, mit Verkauf nicht auseinandersetzen, weil das ist ja kapitalistisch. Was glaubst du, wo das herkommt, dieser Gedanke bei den Musikern? Ja, ich denke einfach, Musik ist ja sowieso eher ein Freizeitthema, also, was Leute eher mit Freizeit assoziieren und sich mit dem Job selbst normalerweise, ne? Und, ja, man fängt ja einfach an, weil man selber ein Instrument spielt oder anfängt zu singen und dann ist das halt einfach die Leidenschaft und man trennt dann immer hier Leidenschaft und Beruf, man hat meinen normalen Job und dann macht man das in seiner Freizeit und deswegen kommen die gar nicht auf die Idee zu sagen, hey, das könnte ja auch mein Job sein, aber wenn es mein Job wäre, dann müsste ich es auch anders angehen. Das heißt, diese mentale Trennung zwischen der Musik und dem Geldverdienen, die ist einfach schon so stark unterbewusst drin, seit Jahren, wo sie quasi leben, dass sie dann diese Connection quasi nicht machen und dann immer sagen, ja, aber ich mache ja Musik. Die sagen, ihr Argument quasi, warum sie kein Geld verdienen damit, ist das ja, weil sie ja, die wollen ja die Musik machen, sie wollen ja das nicht als Arbeit und so haben, aber wenn du damit selbstständig leben willst, dann musst du es halt auch so betrachten und dann musst du auch so agieren und den Schritt wollen dann viele nicht machen, weil vielleicht aber auch zum Beispiel dann wahr werden würde, dass sie scheitern könnten, weil sie dann sagen können, okay, solange es ja ein Hobby ist, ja, muss es ja nicht unbedingt erfolgreich sein, aber wenn es das einzige Standbein von dir ist und dann nicht funktioniert, ist dann auch ein viel herberer Rückschlag als alles andere. Also es kann auch so eine Art Selbstschutz zum Teil zum Beispiel sein, warum man das dann nicht voll macht, also Vollzeit macht, aber er geht für alle anderen Selbstständigkeiten auch, also viele Leute gehen gar nicht in die Selbstständigkeit, weil die Angst vor dem Scheitern dann so groß ist und solange ist es halt so eine Fantasie, die sagen, ja, ich könnte das ja auch machen, wenn ich jetzt 100% meiner Zeit rein investieren würde, das ist wie so eine Selbstschutz, verkaufen die sich dann selber, hey, ich könnte, wenn ich wollte, aber ich will ja nicht, und in dem Moment, wo sie es dann machen und sie darauf angewiesen sind, kann die Welt wieder ganz anders aussehen. Und dann gibt es natürlich auch, du hast ja die Sicherheit, du hast ja einen Job vielleicht, wo du sagst, okay, das ist geil und dann trauen sie sich diesen Sprung halt nicht mehr, weil Selbstständigkeit ist halt nichts für jeden und wahrscheinlich sind die meisten Leute, die Musik machen, auch besser damit bedienen, dass sie das nicht Vollzeit machen, aber diejenigen, die es machen wollen, die müssen das Business auch lernen, zum Beispiel, bei dir zum Beispiel, du bringst es ja bei, wie man als Musiker Geld verdient. So, das war jetzt das Interview mit Markus gewesen, ich hoffe, du konntest durch das Interview auch neue spannende Einblicke in das Leben von Markus, in die Persönlichkeit von Markus gewinnen, ihn ein Stückchen besser kennenlernen und auch einiges am Wissen für dein eigenes Unternehmen herausziehen. Wenn du Baulichkunde bist und auch Lust auf einen solchen Besuch hast und eine Interaktion eben direkt in Austausch mit Markus, ihn auch persönlich mal deine Fragen stellen würdest, dann kannst du dich gerne bei mir melden auf Social Media, Juranius mein Name, für mehr Infos. Und wenn du noch kein Baulichkunde bist und du Agenturinhaber, Geschäftsführer, Unternehmer, Selbstständiger, Coach oder Berater bist und dein Business gerne aufs nächstes Level bringen willst, egal wo du stehst, wir können dir auf jeden Fall weiterhelfen, denn wir haben schon tausende Unternehmer dabei geholfen, ihre geschäftlichen Ziele zu erreichen. Buche dazu gerne dein kostenloses Erstgespräch bei www.andreasbaulich.de und wir freuen uns auf dich.